Musik Abgesehen davon, dass die Zivilgesellschaft sich neu aufstellen muss, glauben wir in der Tat, dass es einer trisektoralen Zusammenarbeit bedarf, die in Deutschland jedenfalls vollkommen unentwickelt ist. Also die Zivilgesellschaft schuftet sozusagen vor sich hin, die Unternehmen machen ihre eigenen Programme, und die Stiftung wieder ihre und die Bundesregierung und Landesregierung auch einlegt. Und das muss sozusagen aufhören, wenn man sichtbare Erfolge erzielen will. Und dazu bedarf es natürlich einer thematischen Konzentration und einer Fokussierung der Kräfte. Und das ist ein Beispiel Amerika in Strive, in Cincinnati. Da hat, ich weiß nicht, wer der Initiator war, ich glaube, es war eine große Stiftung, die gesagt hat, hört mal zu, wir haben ein Riesenproblem, nämlich eine steigende Abbruchquote an den allgemeinbildenden Schulen. Wäre das nicht ein Thema, zu dem wir uns alle gemeinsam verpflichten, innerhalb von drei Jahren signifikante Senkungsquoten der Abbrüche zu erreichen? Daraufhin haben sie gesagt, eine solche Kooperation ist schwierig, die fällt nicht vom Himmel, sondern man muss gucken, wie man eine sogenannte Backbone-Organisation gründet, die nichts anderes tut, als die Leute zusammenbringen und dann bei der Stange halten, sie zu Verpflichtungen zu motivieren und dann zu sagen, sie sind der Verpflichtung eingegangen, wie weit sind sie dabei, diese Verpflichtung auch zu erreichen? Diese Backbone-Organisation in Cincinnati heißt Strive, wie Streben, ja. Und sie haben mit 26 Organisationen angefangen und sind jetzt auf 300. 300 Organisationen, und zwar alle großen Unternehmen, die mittelständische Wirtschaft ist mit drin, die Stadtverwaltung, Jugendamt, Schulamt, alles, was drin ist, und die großen Stiftungen. Und jeder hat seinen Part, sodass da eine Musik gespielt wird wie im Orchester. Und da kommt gute Musik raus, denn die haben nach drei Jahren tatsächlich signifikante Quotensenkung erreicht in den Phänomenen der Abbrüche. Wenn man sieht in Deutschland, wir haben eine 10-prozentige Abbruchquote durchschnittlich, mal Bundesländer, die höher sind, 17, mal ein bisschen niedriger, aber durchschnittlich 10 Prozent Abbrecher. Die IHK sagt, selbst von den Schülern, die die Schulen abschließen, sind zehn weitere Prozent ausbildungsunfähig. Diesen Luxus können wir uns angesichts der demografischen Herausforderung nicht mehr lange leisten. Und deswegen glauben wir, wäre es notwendig, in einzelnen Städten zu sagen, wie können wir sozusagen beim Thema Bildung, das ist das Leichteste, da kommt am leichtesten Konsens zustande, wie können wir die Kräfte bündeln und mehr gemeinsam an einem Strick und in dieselbe Richtung ziehen. Community Organizing ist das Gegenteil von der deutschen Sozialarbeit. Also die Deutschen haben immer noch, das hängt mit der oberigkeitsstaatlichen Tradition zusammen, aufsuchende Sozialarbeit, der Staat setzt einen Sozialarbeiter ein und der geht den Sachen nach und drängt die Leute sozusagen dazu, sich um ihre Kinder zu kümmern. Die Amerikaner glauben, das ist falsch, die wollen sowieso keinen Staat. Und sie haben gesagt, man muss den Leuten helfen, sich selbst zu helfen. Das Prinzip ist sehr viel gesünder und nachhaltiger. Und dieses Prinzip haben sie im Community Organizing 1920 etwa in Chicago entwickelt, in ganz schwer vernachlässigten, von schwarzen bewohnten Vierteln. Und haben gesagt, wenn ihr euer Viertel nicht in die Hand nehmt, dann tut es niemand für euch. Wir helfen euch jetzt dabei. Und haben sozusagen eine Vernetzung der Gruppen vorgenommen, die ohnehin schon da sind. Und genau das wird in Deutschland jetzt auch gemacht. Hier in Berlin, im Wedding, in Neukölln, in Oberschöneweide, in Hamburg, in Hamm und in Horn. Hamburg ist ein ganz gutes Beispiel. Da war neulich auch bei der Körperstiftung eine große Diskussion. Und was sollen das alles, ja? Und dann saß also ein Afrikaner aus, ich glaube, Namibia, saß da und wurde gefragt, warum engagieren sie sich für Community Organizing? Da hat er gesagt, ganz einfach, ich will, dass meine fünf Kinder alle eine bessere Bildung bekommen als ich. Bums. Und dafür organisiere ich jetzt alle afrikanischen Familien, die da sind, nehmen sie zusammen und sagen, wie können wir das gewährleisten, dass unsere Kinder ihre Hausaufgaben vernünftig machen, die Sprache vernünftig lernen, die Noten abschließen und das machen. Und damit sie das machen können, brauchen sie eine Infrastruktur. Sie müssen sie irgendwo treffen, sie müssen sich austauschen, sie brauchen Kommunikationsleistung. Und das leistet der Community Organizer, der ihnen ein Büro zur Verfügung stellt und sagt, wo könnt ihr hingehen und Räume bekommen und sowas. Und dieser Prozess, dass man sozusagen über die Gestellung von Infrastruktur und Beratung Prozesse, die von alleine nicht in Gang kommt, in Gang bringt und in Gang hält und zu vernünftigen Ergebnissen führt, das ist Community Organizing. Und davon brauchen wir Tausende. Wir haben ein großes Problem in der Zivilgesellschaft, was sie selbst daran hindert, ihre Ressourcen voll zur Realisierung zu bringen, und zwar mangelhaftes Wissensmanagement. Wir haben jede Menge gute Projekte, jede Menge Erfindungen, die gemacht werden. Nur Beispiel Freiburg, Stadtbücherei. Wird dicht gemacht, weil die Stadt kein Geld mehr hat. Da kommen ein paar wild gewordene Senioren her, gründen eine Genossenschaft, machen einen Nutzungsvertrag mit denen. Der Bibliothek geht es noch nie so gut wie jetzt. Sie hat von der Stadt einen Bruchteil des Haushalts bekommen, eine halbe Stelle nur noch, von fünf ehemalig. Sie hat bessere Benutzerzahlen, bessere Beschaffungsbedingungen, weil eben die Alten das alles ehrenamtlich machen und das richtig in Gang bringen. Dieses Modell weiß nur keiner. Es ist keine Nachricht wert in den Medien, es ist auch nicht spannend, weil es nicht kriminell ist und sonst was, es ist einfach nicht Nachrichten wert. Also müssen wir sozusagen jetzt gucken, wie schaffen wir es, die Modelle, wo das schon passiert ist und wo in anderen Städten dasselbe schon bevorsteht, so rechtzeitig zu vermitteln, dass die Leute, die davon befallen werden, von diesem Krisensyptom, wissen, wo ist die Remedur sozusagen. Und das gibt es schon. Also es gibt mehrere Plattformen, allesamt unbekannt übrigens. Die Beste, die mir bekannt ist, ist die Stiftung Bürgermut mit einer Plattform Weltbeweger, wo man nach Themen sortiert gucken kann, welche Modelle gibt es schon und wie funktionieren die. Interaktiv. Also Leute können sagen, wer ist in Freiburg zuständig, wer kann mir sagen, was haben die für eine Rechtsform gewählt. Und man kann auf Weltbeweger sehen, wie haben die in Bremen und wie haben die in Flensburg oder sonst was das gemacht. Die menschliche Natur ist nicht auf Egoismus angelegt, sondern die menschliche Natur, also der freie Wille, der besteht ja aus Eigenverantwortung, ich muss was für mich selber tun, aber der Mensch ist ja von Anfang an ein Sozialwesen, nicht nur biologisch, sondern auch seelisch. Er ist auf Anerkennung, auf Liebe, auf Zuwendung, auf solche Sachen angewiesen und deswegen hat er eine Mitverantwortung, die er in seiner Familie, in seiner Gemeinde, auf regionaler Landesebene auch wahrnimmt. Wir haben in Deutschland ja da eine durchaus jetzt schon vorzeigbare schöne demokratische Tradition und wir haben auch eine Verantwortung für die nachwachsende Generation. Wir dürfen die Welt nicht schlechter hinterlassen, als wir sie betreten haben, im Gegenteil. Und dieses Bewusstsein ist sehr viel stärker geworden. Wenn Sie vergleichen den Zustand zu den 70er Jahren, da gab es die grüne Partei noch gar nicht. Also da hat sich unglaublich viel getan, nicht nur bei den Grünen, sondern das ist durch alle Parteien durchgegangen. Und ich glaube sogar, die Hauptwirkung der Grünen war gar nicht die Gründung der Partei, sondern dass dieses Denken bis in die CDU ganz tief in die CDU-Renten mit reingekommen ist. Und Kohl hat ja selber die Bewahrung der Schöpfung gesagt. Und das ist allgemein gut inzwischen. Und inzwischen ist es eben so, dass durch dieses ganzheitlichere Sehen der Grundlagen, von denen wir leben, ist auch die Verantwortung dafür, diese Grundlagen zu erhalten, gewachsen. Und selbst in Unternehmen, wo man jetzt Führungskräfte ja aussucht, sucht man nicht mehr den kalten Besten, der nur unmenschlich sozusagen nur nach Rendite schielt, sondern man sieht sehr wohl, der muss seine Leute an Bord halten. Und gerade angesichts des Fachkräftemangels übrigens muss der Social Skills haben ohne Ende, weil er die Leute an sich binden und kreativ sozusagen nutzen muss und die verwirklichen. Und wer das nicht tut, der fällt zurück ökonomisch. Und die reinen Renditekategorien werden weniger eine Rolle spielen, sondern sie werden sich verbinden mit Leistungsfähigkeit, mit Verbindung von Beruf und Familie, mit Verbindung von Beruf und Pflege übrigens, so werden ja auch immer wichtiger. Und da beginnt sich ganz allmählich ein ganzer Eisberg zu verschieben in Richtung mehr zwischenmenschliche Wärme und auch durchaus systematische Veränderungen, Flexibilisierung der gesamten Verhältnisse.